Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema signifikanter Anstieg der Anrufe von gefälschten Polizeibehörden. Im Juni verzeichnete die Bundesnetzagentur mehr als 7600 betrügerische Anrufe mutmaßlicher Polizeibehörden. Der Anrufer verlangt Geld und Daten. In Deutschland ist eine deutliche Zunahme von betrügerischen Anrufen zu verzeichnen, die von der Polizei stammen. Das wurde berichtet, zitiert die Zeitung Redaktionswerk Deutschland, RND, ein Sprecher der Bundesnetzagentur. Im Januar 2022 wurden merkwürdigerweise gar keine Beschwerden registriert. Im Februar waren es vier und im März plötzlich 1768. Die Sprecherin der Behörde sagt, es gehe darum, dass der Anrufer eine automatisierte Ansage angeblich von Interpol, Europol, dem BKA oder anderen nationalen oder internationalen Polizeibehörden erhält. Auf der Webseite cyber-bundesbehörde heißt es, dass die angerufene Person aufgefordert wird, eine Taste zu drücken. Danach ruft eine Person an und bittet um die Freigabe persönlicher Daten oder die Überweisung von Geldern. Jeder, der einen solchen Anruf erhält, sollte Aufforderungen, den Knopf zu drücken, also die Taste auf der Tastatur, eben die 1 zum Durchwählen zum Beispiel, ignorieren und einfach auflegen. Und stattdessen lieber eine Strafanzeige bei der Polizei erstatten. So sagen es zumindest auch die Behörden, dass hier Anzeigen erwünscht sind. Telefonziege hat in etwas vergangener Zeit schon mal ein Video darüber gemacht und einen Betrüger angezeigt. Das ist tatsächlich heutzutage leider gar nicht so einfach. Denn die Beweislast liegt ja erstmal bei euch. Ihr müsst beweisen, dass ihr betrogen wurdet. Das Problem ist, bei uns Scambatern, dass wir ja noch nicht betrogen wurden. Es liegt ja nur der versuchte Betrug da. Dieser ist eigentlich auch strafbar. Das Problem wird hier wieder sein, dass die Behörden in Deutschland einfach, ja viel zu gering mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Und dadurch eben einfach auch nicht handeln können. Das ist das Problem. Und wenige Polizisten bedeutet eben auch wenige Arbeit in diese Richtung. So ähnliche Anrufe, wie in diesem Artikel hier beschrieben, hatten wir ja auf dem Kanal schon. In der Regel geht es hauptsächlich darum, von euch Geld zu bekommen. Es gibt verschiedene Methoden. Die BKA-Europol- und Interpol-Methode ist meistens, dass man euch da am Telefon erzählt, dass es darum geht, dass man Geld von euch gefunden hat oder ihr bei einer betrügerischen Webseite angemeldet wart und man euch nun unbedingt helfen möchte. Das Komische an der Geschichte ist ganz oft, dass die gar nicht wissen, wie viel ihr eingezahlt habt und teilweise auch nicht mal, bei welcher Firma ihr Geld eingezahlt habt. Denn irgendwie haben die zwar nur die, also die haben nur die Information von euch bekommen, dass ihr betrogen wurdet. Aber worum es da jetzt genau ging, um welche Summen und welche Webseite, das möchten die Betrüger wieder von euch erfahren. Nun ja, wenn die allerdings von Europol oder Interpol oder vom BKA anrufen, dann sollte der Mitarbeiter ja eigentlich Bescheid wissen. Aber halt, mal davon abgesehen. Interpol, Europol und BKA, die rufen euch nicht an. Also Privatmenschen kontaktieren die telefonisch nicht. Wenn es irgendetwas gibt, das man mit euch klären möchte, das wird man in absoluter Sicherheit schriftlich tun und nicht am Telefon einfach mal so nebenbei zwischen Tür und Angel. Vor allem sind die Geschichten hier absolut wüst. Es gibt verschiedene Methoden, wie Interpol, Europol und BKA angeblich, ja, am Telefon für euch handeln möchte. Manchmal wollen sie einfach nur irgendwelche Daten von euch haben. Zum Beispiel den Personalausweis, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Vielleicht noch eine Rechnung nicht älter als drei Monate. Die Geschichte dazu ist oftmals wüst. Es geht darum, dass man euch legitimieren möchte. Nun ja, aber die rufen ja bei euch an und haben ja schon eure Telefonnummer. Wozu muss man sich jetzt nochmal zusätzlich legitimieren? Wenn die Telekom euch zurückruft, weil eine Rückfrage ist, dann brauchen sie dafür ja auch keine speziellen Daten, weil die rufen ja auf dem Anschluss an, der dazugehört. Tja, es ist hier ziemlich, ja, fantastisch, wie die das lösen. Das Problem ist, dass es hier wieder Menschen gibt, die ein zweites Mal auf den ganzen Betrug reinfallen, obwohl sie schon einmal auf die Masche mit den 250 Euro und dem Reichwerden reingefallen sind. Ich denke, das soll hier auch letztendlich das Steckenpferd sein. In die Richtung möchte man gehen. Man möchte einfach betrogene Opfer nochmal betrügen. Denn wer sich einmal betrügen lässt, hier ist die Gefahr ziemlich hoch, dass der nicht daraus gelernt hat. Denn, naja, es ist ja noch die Angst da, dass man nun kein Geld mehr hat oder viel, viel weniger als vorher und dadurch die Geldsorgen und Nöte vielleicht noch viel größer geworden sind. Und dadurch ist es natürlich sensibel oder die Person dafür sensibel, nochmal auf so etwas reinzufallen, wenn jemand sagt, ich möchte dir helfen, dein Geld zurückzubekommen. Die Statistiken sagen hier, dass die Anrufe, ja, exponentiell angestiegen sind und immer häufiger vorkommen. Das Dramatische ist, dass da tatsächlich Menschen dann auch das zweite Mal ihr Geld einzahlen. Was ich nicht verstehen kann, wenn Menschen dort einzahlen, die vielleicht gar nicht betrogen wurden, aber trotzdem da mitmachen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Masche bei, ja, neuen Betrugsopfern funktioniert. Eher bei Leuten, die schon mal beschissen wurden. Denn grundsätzlich ist man ja daran interessiert, sein Geld wieder zurückzubekommen. Und wenn die Polizei jetzt nun direkt bei euch anruft, ist ja praktisch. Nur hier fällt ziemlich oft auf, dass die entweder gar kein Deutsch sprechen, wenn sie von Interpol oder von Europol kommen und, naja, auf jeden Fall wieder einen sehr, sehr starken Akzent haben. Natürlich kann es sein, dass ein Polizeibeamter auch einen Akzent hat am Telefon. Naja, aber es fängt erstens schon damit an, dass man euch definitiv nicht von BKA oder von Europol oder von Interpol zu Hause einfach so anrufen wird. Habe ich euch ja schon gesagt. Das wird definitiv schriftlich geklärt werden. Tja, schon dramatisch, was es so alles für Methoden gibt, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und am besten noch ein zweites Mal. Tja, da weiß man gar nicht, was man davon halten soll. So einen Europol-Anruf hatten wir hier schon einmal. Mehrfach haben die jetzt hier bei uns auf dem Kanal noch nicht angerufen. Von daher kann ich jetzt leider kein direktes Gespräch großartig dazu einbinden. Ich habe jetzt schlichtweg einfach kein neues. Es ruft von denen bei mir keiner an. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wir haben hier auf dem Kanal ja schon die ein oder andere ähnliche Masche gehabt. Von einer, ja, von einem Anwalt oder von irgendeiner Firma, die einfach nur helfen will. Es ist aber vom Prinzip die gleiche Masche. Nur, dass das hier einfach wieder ein neues Gewand ist. Und seit 2022 scheint das hier tatsächlich in Deutschland ordentlich zu boomendes Geschäft. Ich finde es traurig, dass es Menschen gibt, die sich ja an dem Leid anderer Menschen bereichern. Und sich dann dabei einfach die Taschen vollstopfen. In den vielen einzelnen Videos auf dem Kanal hier zeige ich euch ja immer wieder verschiedene Variationen und Varianten von dem Betrug. Leider rufen immer nur die Trading-Betrüger an. Die anderen Maschen trauen sich wohl nicht, auf meiner Nummer anzurufen. Kann schon sein, dass die Nummer auch bekannt ist. Ich habe ja auch mehrere. Aber irgendwann sind auch die mal ausgelutscht. Müssen wir mal schauen, ob wir hier nochmal eine Alternative finden. Es gibt auf jeden Fall natürlich noch ganz, ganz viele andere Maschen und Methoden, wie man euch das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte. Und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen auch betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gern einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Seit kurzem gibt es hier auch die Kanalmitgliedschaften. Den Button dazu findest du direkt unter dem Video oder auch in der Videobeschreibung. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf eins der letzten Videos oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.